Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chiki Boing, das ist Titanfall und ja, wir sind wieder da. Das ist immer noch dieselbe Session. Hi Roboter! Oh, 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 das geht tief runter, tief runter geht das. Immer noch dieselbe Session, immer noch die gleiche Motivation. Na, gucken wir mal, was hier abgeht. Nicht viel. Das war ein Frontsoldat leider nur. Da oben ist ein Pilot, glaube ich. Wo ist er denn jetzt hier? Über mir? Ja, kann man nur so oft daneben schießen. Also ich meine, ich habe ihn ja mindestens einmal getroffen. Wo? Granate. Okay. Scheiße! Hier war doch gerade einer. Wo ist er? Boah, mitten im hier in Spawnpunkt gespawnt, äh, gesprungen. Mein Gott. Das hat mich jetzt am ruf. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. die steuerung aktiviert so da bin ich Autsch wo ist er haben wir ihn erwischt steckt sich hier jemand nein na gut das war ein speck da wir laden in an der seelenruhe nach kommt zurück wir bauen unseren vorsprung auf die miliz aus gute arbeit nachladen ich sehe nichts hey tan song tan song gerade eine granate reingeflogen zeigt alle zehn sekunden sämtliche gegner auf der mini karte an das ist aber nett den haben wir mal eben von hinten erwischt auf jeden fall diese dieser satelliten uplink ist ganz schön praktisch wir haben unseren vorsprung auf die miliz weiter ausgebaut gute arbeit immer weiter da ist du einer dahinten schnell weg ich lade nach jungs jungs vorsicht jetzt eine granate hätte so wie kräft immer das selbe mit dir auto schade der schon kaputt weiter ausgebaut gute arbeit immer weiter wo ist der pilot cool 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 haben wir es geschafft ja sieht gut aus auto titan auch nicht er schon wieder ehrlich jetzt nein komm schon ach so das ist frustrierend egal alles gut wir haben es geschafft aber einige versprengte einfach drauf einfach drauf jetzt müssen wir das ding da abfangen wo sind sie verbindungsaufbau zum server und wieder verbindungsaufbau zum server warum wieso weshalb weiß keiner warum gerade zum ende darauf ein schluck leckere cola verbindungsaufbau zum server ist abgelaufen ok schade wäre noch ein schöner sieg geworden soll man was anderes spielen was haben wir denn noch machen wir denn noch ein paar ganz landverteidigung kampagne sind auch nicht so wenig spielen wir doch mal kampagne das ist eigentlich eigentlich nur noch mal ob man sich einfach mal fähig machen wie möglich dünnedung dünnedung dünn dünnem dünn 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 рänder sich einer von euch eigentlich noch an true combat elite war sehr beliebt unter Linux. Ein Shooter ähnlich wie Counter-Strike, aber Open Source und habe ich damals mit einem Freund, dem Ingo, sehr gesuchtet. True Combat Elite. Würde mich mal interessieren, was daraus geworden ist. Die Kolonie. Wir müssen den Siedlern helfen. Und er lebt. Counter-Strike habe ich in der 1.6 Version und Counter-Strike Source auch sehr gerne gespielt. Allerdings Counter-Strike Go. Also Global Offensive habe ich noch nicht gespielt. Liegt jetzt nicht am Preis oder so, das ja immer für sehr günstig zu haben. Liegt eher an der Zeit und Motivation. Dann brauche ich natürlich auch jemanden, der das mit mir zusammenspielt. Den haben wir noch erwischt. Mit einer Granate. Oh, da ist eine Bar. Da gehen wir schnell hin. Müssen wir einen trinken. Oh, ich hätte gern einen Pilz. Oder was ist das denn hier? The Business. Nehmen wir auch Wodka. Wodka, oh. Zack. Headshot. Bullseye, ne? Bullseye. Das ist die Garage. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe KI-Stimme. Oh, der ist da oben hingegangen. Oh, ja. Mist. Zu spät gesehen. Machst du mich an? Achtung. Die Milit hat die Nase vorn. Aber noch bleibt sein, die in die Kapitänes übernimmt. Kommst du hier rein, oder was? Okay, gleich ist mein Titan Einsatz bereit. Dann geht die Action los. Ach, nö. Was ist denn mit den Servern los? Es wird uns nicht gegönnt. Es wird uns einfach nicht gegönnt. Eigentlich sieht das doch alles ganz gut aus. Sollen wir mal auf Europa West switchen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Na gut. Wir versuchen es noch ein letztes Mal. Wir sind immer noch in der Kolonie. Ich hoffe, es klappt jetzt. Das Artwork ist wirklich cool. Ich habe es bestimmt schon drei Trillionen mal wiederholt. Aber es ist cool. Da kannst du nichts sagen. Es ist einfach gut. Achtung, Piloten. Jetzt testen wir uns Respektors. Das Ganze wird eine Materialschlacht. Jawohl. Oh, oh, oh. Nee. So nicht. Hi, Kumpel. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Hi. Ich muss nachladen. Was stimmt hier gerade mit dem Sound nicht? Sogar nicht. Cool. Wir haben Waxe entdeckt im Spiel. Oh, der Angriff. Jawohl. Ich mache dich fertig, Junge. Autsch. Elektro-Rauch. Befehl-Auto-Revier. Bereit machen. Begleiten vor. Ich kann eigentlich auch direkt in meinen Titan springen können. Egal. KI offline. Piloten-Modus aktiviert. Ein Pilot eliminiert. Dark-Nebo-1 ausgeschaltet. Äh, ich habe noch ein Frequenz abgefangen. Nur Sprache. Wir müssen uns zurückziehen. Allemann zurück zum Träger. Wir müssen uns zurückziehen. Na, ist doch keine Option. Die Stimme eines Todes. Finden Sie aus, wo die herkommt. Die Stimme eines Todes. Stierp. Ich will hier hin. Hier möchte ich hin. Ich habe, glaube ich, ein Missionsziel. Ich glaube, ich habe ein Missionsziel. Bin mir nicht sicher. In der Luft. In der Luft. Der Spectakiller. Hilft ja nichts. Was zur Hölle? Achtung. Ihr Ersatzteilen ist im 50 Sekunden zur Einsatzbereich. Ja, darauf wandern. Wir werden in draußen aufgerufen. Wir müssen mit allen Misses versuchen, das Blatt zu wenden. Wo ist mein Titan? Wo ist mein... Da ist mein Titan. Wow, das hat er gehört. Die Socke. Von vorne, von hinten, von oben, von unten. Ich muss hier raus. Wir wurden besiegt. Ja, schneller. Verbindungsprobleme. Und dann noch hier ganz schnell besiegt. Was soll das? Wow. Oh Mann. Komm, du schaffst das zum Bergungsschiff. Ich bin da sehr optimistisch. Okay, oder auch nicht. Was ist mit dir? MK 8686. Das ist der Nebel des Grauens. Sehr gut. Spring einfach rein. Scheiße. So, das ist die Assassin's Creed Pose hier. Na gut. Ja, ich entschuldige mich schon mal wegen den Verbindungsproblemen. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Jetzt hat es funktioniert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann geht mir noch ein Däumchen nach oben. Und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Kommen wir jetzt noch irgendwie weiter? Ne, ne? Schade. Na gut. Gut, gut. Wir verlassen das Spiel. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.